So meine Leute, das lade ich natürlich jetzt neues Video hoch, das Geld will natürlich auch eingenommen werden. Maestro hat noch ein Statement auf dem Kanal von Dings hochgeladen, also auf seinem Instagram-Kanal über Mois. Geht auch um dieses Kanal schenken und so weiter und ich hab's auf jeden Fall schon gehört. Also wurde im Chat auf jeden Fall drüber geredet, deswegen schauen wir mal. Und ja, wir gucken einfach rein hier, mal gucken. Ohne Ton natürlich, safe. ...in Maestro unbenannt, weil ich der Meinung war, das ist sein Hack, ich will sein Hack geben. Das ist deren Hack von Kenner und allen... ...Klötze kanalisch. ...der Hackmeister. Was gedacht, meine Freunde, ihr habt gehört, der Hackmeister ist zurück. Und da mich viele jetzt fragen, was ist eigentlich damit? Der Kanal hieß Mois, dann Maestro, dann Mois Kids. Hast du ihn genommen, hast du ihn nicht genommen? Ich hab gesagt, ich nehm's nicht an, aber um euch ins Bilder zu setzen, muss ich das leider sagen. Also die Sachlage ist folgende. Gestern ging das Video online nicht abgesprochen, Kanal wurde einfach in Maestro umbenannt. Obwohl mein Hauptkanal Maestro heißt. Und wenn man jetzt Maestro eingibt, dass dieser tote Kanal da als erstes angezeigt wird, der mit meinem Kanal nichts zu tun hat, alles gut. Ich hab dann gesagt, guck mal, ich möchte gar nichts... Ja, safe. Das muss man übrigens auch tatsächlich noch dazu sagen. Also ich denke auch, dass das halt ein abgekatertes Ding ist. Weil erst mal, das haben wir ja schon im ersten Statement oder im zweiten, weiß ich gerade gar nicht, schon gesagt, es würde für Maestro so oder so keinen Sinn machen, diesen Kanal zu nehmen. So, weil selbst wenn jetzt, wenn er jetzt den Kanal nimmt, also erst mal würde er öffentlich voll schlecht dastehen, weil dann echt viele Leute sagen würden, okay, ihm geht's nur ums Geld. Ja, das ist schon mal das erste, was passieren würde. Und dann wollen ja die Leute auf dem Moist-Kanal auch Moist sehen und nicht Maestro. So, das heißt, nehmen wir mal an, der würde da aktiv Videos hochladen. Okay, die ersten Videos würden vielleicht noch gut Klicks ziehen, aber irgendwann würde der Kanal wahrscheinlich einfach sterben. So, und dann hätte Maestro halt einen toten Kanal mit vielleicht zwei Millionen Abonnenten, was ihm aber nichts bringt. So, und er könnte ja, er würde ja dann seinen Kanal auch nicht weiterführen, der ja gerade sehr gut läuft. So, plus natürlich, was auch Moist gerade sagt, wenn du jetzt, ähm, was Maestro gerade sagt, wenn du jetzt Maestro in der Zeit bei YouTube eingegeben hast, ist halt sein Kanal gekommen, weil der natürlich zwei Millionen Abonnenten hat, nicht mehr der Kanal von Moist. So, das heißt halt, die Leute sind schon mal erst mal schwieriger auf den Kanal von Maestro gekommen und haben damit auch schwieriger die Statements über Moist gefunden. Also auch, also ihr könnt mir nicht sagen, dass das nicht abgekatert ist von Moist, er wusste genau, was da geht. Der wollte irgendwie einen neuen Kanal machen, vielleicht auch, weil er hofft, da eine höhere CPM zu haben. Wir haben ja gesehen, dass sie nicht so hoch war. Ist auf jeden Fall schon ganz, ganz dreckig, dieser Move. Und vor allem, wenn es nicht mal abgesprochen ist, soweit hätte er vorher das mit Maestro absprechen können, wenn er ihm den Kanal schenken möchte. Und dann wäre ja in Ordnung gewesen. Von dir, bitte benenn den Kanal zurück. Ich will auf jeden Fall, dass dieser Kanal nicht Maestro heißt. Und, ähm, ja, er hat mir das dann auch versprochen. Blende ich euch ein. Auf jeden Fall meinte er, kann ich das bitte am Abend machen. Ich hab gesagt, kein Problem, alles gut. Ja, nee. Äh, am Abend ist es dann wieder nicht passiert. Der hieß immer noch Maestro. Und Leute dachten, ich hab ihn angenommen, haben mich beleidigt dafür und so. Ich hab ihn nochmal angeschrieben drauf und hat er mir wieder gesagt, ich mach das gleich, ein Video kommt. Das Video ist nie gekommen. Heute bin ich aufgestanden, der hieß immer noch Maestro. Wollte ihm schreiben, hab gesehen, er hat seine DMs zurückgezogen. Hab ihn drauf geschrieben, wieso ziehst du deine DMs zurück? Äh, keine Antwort. Hab ihn nochmal drauf angesprochen und gesagt, ey, bitte benenn. Digger, was ist denn da, also jetzt mal wirklich, was ist denn da mit Mäus los, Alter? Junge, Junge, Junge. Weißt du, das sind so Dinge, die ich halt nicht verstehe. Also dann steh doch einfach zu deinem Wort und benenn den wieder um. Also ihr könnt mir halt nicht sagen, dass das nicht irgendwie abgekatert war. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass man echt den Kanal von Maestro einfach in der Zeit schlechter findet. Und er das deswegen so lange wie möglich halt so stehen lassen wollte, damit man den Kanal von ihm halt nicht findet. Damit das Thema, also das ist eigentlich schon groß genug, aber ein bisschen was bringt das natürlich immer noch. Er hatte mir Zugangsdaten geschickt. Ja, ich hab mir gedacht, komm, ich benenn ihn selber um. Wollte mich einloggen. Guck, die Zugangsdaten waren auch falsch. Äh, alles gut. So, hab ihm dann geschrieben, so, ey, Digi, what the fuck. Daraufhin hat er mir die richtigen Zugangsdaten geschickt. Ich hab mich eingeloggt und er musste mich bestätigen, weil er hatte zwei Faktor Authentifizierung. Da ist ja immer noch alles über ihn. Er hat bestätigt, dass ich rein darf. Ich hab den Kanal auf Moist Kid umbenannt, weil Moist ging nicht. Er hieß ja vorher Moist. Und innerhalb dieser zwei Wochen kannst du nicht in einen anderen Namen wieder zurück. Also musste ich was anderes nehmen. Ich hab Moist Kid genommen. Ähm, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mich daraufhin gefrontet und hat zu mir gesagt, ey. Digi, hat er das geschrieben? Junkie Manipulator, der Kanalname, die Tat der Weh war. Und schadet zu deinem Kanal. Oha, krass, vielleicht weißt du, wie es mir ging. Der Moist Kid uns Moist. Äh, der macht extra gleichen Namen wie auf anderen Kanal, damit sogar meine Zukunft nicht läuft. Möge Allah dich von mir fernhalten. Mit der Weh wieder meinen Namen. Warte, das hat Moist ihm geschrieben. Du hast das alles getan, damit ich nicht mehr lebe. Digga, der ist ja, also der ist ja so krass da in seiner Psychose gerade. Digga, ist doch, also Junge, was ist das denn? Alles, was sagen konnte, damit man alles an mir hasst, hast du getan. Aber das Kanal, dir gehört, war wohl dich töten. Nein, es zeigt, was du im Herz hattest. Und das war nicht schön alles. Ich bin todmüde vom Einen, ich werde dich überall blockieren. Wenn ich in Oktober das Geld habe, bringe ich es dir. Ei, Junge, was? Sein neuer Kanal sind sich so ähnlich. Und ich will ihm damit schaden, dass ich diesen neuen Kanal quasi ähnlich benenne. So. Dabei hat er ihn davon meist so genannt. Eins zu eins, wie mein Kanal heißt. Dass auf einmal war es ein Schaden, wie man das so macht. Als er es gemacht hat, war das cool so. Auf jeden Fall, lange Rede, kurz. Ja, safe. Also erstmal doppelt moralisch, weil er hat ja das, also er hat den Kanal ja auch einfach Meistro genannt. So, und dann es ging, also Mois ging ja einfach nicht. Und ich meine, Mois hatte ja die ganze Zeit die Möglichkeit, den selber umzubinden. Also das war jetzt nicht so, dass man gezwungen, also dass Mois das, dass Meistro das hätte machen müssen. Mois hätte es ja machen können. Die ganze Zeit. Er war ja durchgehend im Kanal drin. Der hat das halt schon, alter Schwede. Möge Allah ihn von mir schützen und ich bin der so und so und hat mich dann blockiert. Ja. Keine Ahnung. So, ich habe mehrfach gesagt, lass mich einfach in Ruhe. Lass mich. Ich will nur nix mehr von dir. Ich will nur nix. Alles gut. Jetzt macht er ein TikTok und sagt, er wird 13 Tage warten und den wieder Maestro umbenennen. Ich brauche noch 13 Tage, bis ich den Namen wieder in Maestro ändern werde und dann wird es auch so bleiben. Hä? Digga. Mach das bitte nicht. Ich habe übrigens zwischenzeitlich, um ihn zu testen, ob seine Absicht rein ist, habe ich ihm geschrieben, so, weißt du was, ich habe mich anders entschieden. Gib mir den Kanal. Ich hatte auch sogar reingeschrieben, ich will den nehmen, um ihn zu verschenken an die Community. Ich glaube, hat ihm nicht so gut gefallen. Ich so, tu doch mal deine Telefonnummer und deine E-Mail raus. Gib ihn mir doch. Weil er muss ja alles bestätigen, was ich mache. Wie so ein Aufpasser, wie so ein Erziehungsberechtigter. Und ja, wie gesagt, er hat mich blockiert dann. So. Und hat dann auch auf Instagram nicht mehr geantwortet. Und dann redet er von Hackmeister. Ich habe richtig viel Hack bekommen. So. Das Schiff ist am sinken, was ich mit aufgebaut habe. Und jetzt gibst du mir so die Schlüssel davon. Und sagst, guck mal, ob du noch aus irgendeiner Ecke was rauskratzt. Boah, wobei ich sagen würde, ich glaube, der Moise-Kanal an sich läuft gar nicht so schlecht eigentlich, ne? Ich würde sagen, das geht. Klar, jetzt erstmal der Bus und so weiter. Aber ja, also. Also offensichtlich muss man ja echt einfach sagen. Also Moise ist, glaube ich, gerade jetzt komplett wieder in irgendeiner Psychose oder so. Weil das ist ja wirklich nicht normal. Also jetzt mit dem Umbenennen und so weiter. Also dass er sich da so getriggert fühlt, nachdem er den Moise-Kit nennt. Weil halt Moise einfach nicht ging. Dafür kann ja Maestro nichts. Plus, Moise hat den Kanal ja auch einfach in Maestro umbenannt. Und so. Obwohl das ja auch der Kanal von Maestro halt so heißt offensichtlich. Also. Das ist ein ganz, also ganz, ganz komisch gerade, was bei ihm abgeht. Weil ich weiß, da kann man ihm auch fast schon gar nicht mehr traurig sein, ne? Also er hat ja wirklich offensichtlich richtig harte Probleme. Das ist halt schon krass, ne? Und vor allem auch Maestro zu beleidigen und so. Nachdem er im Gespräch ja eigentlich alles geklärt hat und kein Beef will. Du kannst, what the fuck, Diggi. Und selbst für die Leute, die das nicht verstanden haben, selbst wenn ich Videos auf diesem Kanal ballern würde, würden die Einnahmen an ihn gehen. Denn sein AdSense ist drin. Man kann das zwar halt ändern, aber ich habe leider kein österreichisches Konto. Und sein AdSense ist von Österreich damals. Und auch das Geld, was verdient werden würde, würde mir weggenommen werden vom Finanzamt. Weil das ja gefendet ist. So und alles, was neu verdient wird, wird ja mitgefendet direkt. Ja, ne, aber wenn man irgendwann in keiner Kanal im Gürtter hat, das Geld schon behalten. Es macht vorne und hinten keinen Sinn. Es macht vorne und hinten. Es war einfach nur so, sich gut darstellen. Wie rein die Absicht dann war, hat man dann auch da gesehen. Reiner Business Move. Reiner Promomove. Ja. Sich reinzuwaschen. Was soll ich schon mit dem Kanal, Digi? Ja, ne. Ist ja nicht was. Dieser Kanal würde ja auch meinen Hack gar nicht abgelten. Was soll ich denn mit diesem Kanal? Kann ich mit diesem Kanal irgendwas bezahlen oder so? Ich würde das Geld ja davon nicht mal kriegen. Alles gut. Aber hat er ja dann sowieso nicht gemacht. Blockieren und ghosten. Einfach so auf Assalamualaikum Basis. Kein Problem, Digi. Alles gut. Dementsprechend dieses kurze Statement. Ich wünsche dem Hackmeister alles Gute. Möge jeder dann in Zukunft doch inshallah diesmal wirklich seinen Hack kriegen. Ich hatte meinen Hauptkanal in Maestro umbenannt, weil ich der Meinung war, das ist ein Hack. Ja, das ist wieder der Anfang. Ja, gutes Leben auf jeden Fall nochmal von Maestro. Ja, es ist, er tut mir Maestro auch, irgendwann tut er mir auch einfach leid, weil er kann einfach auch wirklich nichts mehr machen. Also er hat halt wirklich jetzt gerade keine Möglichkeit irgendwie das Thema einfach zuzumachen, weil er halt meist wirklich eine komische Aktion nach der anderen macht. Und ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall gespannt, was es halt wird. Und ich hoffe einfach, dass er den Kanal nicht umbenennt, sondern den halt jetzt wirklich einfach halt lässt. Fühlt er sich nicht verarscht, eine Stunde Video geguckt zu haben und dann gibt er nicht mal Kanal. Ja, das ist wirklich also schlimm. Aber wie gesagt, er könnte ihn auch mir geben. Also ich würde ihn nehmen, Digga. Mein Gott. Weniger D-A-Bos als Kuchen-DV bestimmt. Gutes Statement aber von Maestro auf jeden Fall.